Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Killing Floor ich bin Aaron Skull und heute spielen wir zuerst mal Multiplayer wir sind in dem auf einem Server gelandet der schon seit einer Weile spielt und schon die siebte Welle oder so hat mal sehen wir wie es aussieht wie wir da durchkommen kurz noch mal ein Perk auswählen Jo Kamerad mach langsam Waffe kaufen Muni aufstocken Nö lol ich bin weg macht gut naja wir werden sehen wie es weiter geht mit dem mit Nidhogg Leichtum bricht grad zusammen passt auf ich lade nach und wie wir sehen können es ist nicht ganz so einfach wie im Solo Modus es sind mehr Zombies es sind stärkere Zombies ich lade nach wenn ich manchmal in Schweigen verfalle dann liegt das daran dass ich mich konzentriere z.B. zum Beispiel auch so in der Hohle und ich werde schon stehen bleiben und ich werde schon stehen bleiben und ich werde schon das 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 komplett neu das das ist das 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 im Moment Warte Neues Magazin Warte ein bisschen Zeit zum Einkaufen and well naja, wir werden sehen wie es sich entwickelt da das kein deutscher Server ist es sind halt Deutsche die hier rumspielen oder halt nicht Deutsche sind wieder verpeilt es ist kurz nach halb elf und ja mit der Zeit wird man halt ein wenig naja ihr wisst schon ich will dich heilen nicht gitzeln weiß was ich meine und ich habe eine neue Erungenschaft freigeschalten aber naja jetzt wird es wieder lustig jetzt bin ich wieder voll ausgerüstet und dann wieder ein paar Zombies schlachten und ja mal gucken wie es sich entwickelt 80 Zombies wo sehen wir mehr haben oh ich habe was gehört was ich nicht mag um abzuhalten ich werde nach gibt mir deckung ich werde nach gibt mir deckung Ich höre, aus dem Wald kommen ziemlich viele Zombies. Scheiße. Die Zombies haben gar nicht gehört. Bleib ich so klar. Was soll ich denn machen? Was ist hier los? Viel Glück habe ich nicht erst. Jetzt bin ich sauer. Hoje muss ich sagen. Dann packte ich nur auf den Nagel in Studien. ACH Ich kann kurze es hin zu stehen. Ach, komm, auf beiden Siri. Es ist irgendwo Herausforderung, allen sizern Quer 확인 clients und 여러분들 je zu Schreidachs oder Katana und dann loslegen. Und wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, bin ich eher so ein Draufgänger Typ und nicht so der Kämpfer. Was willst denn du jetzt von mir? Abgestochen. Neues Magazin! Ich habe genau die Schießeisen, nach denen ihr sucht. So, vorletzte Runde wird heute ein bisschen kürzere Folge nach der Runde mache ich das Ende. Wahrscheinlich. Und, ja, mal gucken, wann sie rauskommt. Ich hoffe heute noch. Aber wahrscheinlich wird es heute nichts mehr, weil es gründernd dauert echt ewig. Das Hochladen dauert echt ewig. Und, naja, wir werden sehen. Ach so. Hältst du wohl still? Ich versuche dir zu helfen! Jetzt hat's Maul, man! Junge! Junge! Neun Sekunden. Ich schwind in die Richtung. Ich geh weg von dem Holzkopf. Lauf mir nicht hinterher! Junge! Verpiss dich! Husch! Meine Fresse! Das was ich am Multiplayer der Ränder im Ende... Immer hinterher! Verwecken, 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 verwecken! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Die Glücksaktion! Ich heiße nicht hin zu Digi kommen... Sirene! Oh, nein! Schade! Ich hab hier auch das mit einem Anschuss gehackt! Ich lade nach! Gib mir Deckung! Wow! Unsichtbar! Na ja! Ihr wisst schon! Ich lade nach! Gib mir Deckung! er kam die Arschelung der Piste ich meine schießt auf den Last nicht in Frieden nicht mehr ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin das war auch schon wieder so ein bisschen auf den Lübser verpisst ihn, Junge immer um Baum rennen oh das war ein Baum lass mich los Junge ich bin hier eigentlich nicht ich bin hier das ist nicht so gut die scheiß missgeburten hier sterbt alle ich bin ja schon verscheißen aber schon einer ha oh schlacht jetzt verpiss dich lass mich in Frieden Mann Zombie Apokalypse, lasst mich in Frieden ich meins ernst Lass mich einfach in Ruhe Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Zombie Metzen geht nur in Frieden Kaff diesmal die wirklich großen Sachen es ist eure letzte Chance so gut Platz 3 Munition 4 Munition schossen Minkern durchlöchert gesprengt oder einfach zerrissen weil der Patriarch pflegte sich von hinten anzuschleichen und dann von hinten her zu zerreißen und ein Scheiße das war L L und ich werde sterben Leute helft ich werde sterben ich werde sterben diese epische Kampfmusik da sie jetzt so schlau sind wie wir an der Straße umschleichen wird es da wahrscheinlich von da oben oder von da oben der Patria ich kann es nicht bleiben wenn man seine Kinder tötet der zu wenig getan hat wer mit einem Blick zu spiel ist die demonstrieren kann wir haben so viele von seinen Kindern gekillt jetzt ist der richtig sauer ungefähr so wie ich das habe ich gemeint Leute in diesem Moment steht habe ich gemeint er schleicht sich an und will euch umlegen warte neues Magazin rein dann kommt die Masse wieder weg dann kommt die Masse wieder weg dann kommt die Masse wieder weg dann liegt sie rum der Zoo dann wird den Zoo umbringen dann wird den Zoo umbringen dann möchte ich vielleicht fahren dann wird die Masse wieder weg dann wird die Masse wieder weg dann wird die Masse wieder weg dann wird das alles sehen dem Ground